Willkommen bei Seelenkompass, wo wir durch die unsichtbaren Reiche navigieren und die mystischen Pfade erforschen, die unsere Seelen leiten. In der heutigen Reise erforschen wir einen bezaubernden und oft übersehenen Aspekt unseres täglichen Lebens, die spirituelle Bedeutung von Insekten, die unseren Weg kreuzen. Stellen Sie sich einen Moment lang vor, dass jeder unerwartete Besucher in Ihrem Haus, von der kleinsten Ameise bis zur flatternden Motte, eine kosmische Botschaft trägt, ein Flüstern des Universums, das uns auf unserer spirituellen Reise leiten, warnen oder segnen soll. Im verschlungenen Tanz der Existenz, in dem der Schleier zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren stets dünn bleibt, liegt eine tiefe Wahrheit, die der mit sich selbst beschäftigte Verstand oft nicht bemerkt. Die göttliche Weisheit winkt uns durch die subtilsten Zeichen und Synchronicitäten ständig zu unserem Höchsten Selbst. In den alltäglichen Grenzen unseres Zuhauses tauchen unerwartete Gäste auf, Ameisen, die in einer Reihe marschieren, Motten, die am Fenster flattern, nicht als bloße Zufälle, sondern als Träger kosmischer Botschaften, von denen jede eine bestimmte Rolle im großen Gobeleng der Schöpfung hat. Diese scheinbar unbedeutenden Lebewesen wurden vom Universum ausgewählt, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen und uns himmlische Erkenntnisse zu vermitteln. Sie flüstern uns Geheimnisse der Liebe, der Freude und der Fülle zu und fordern uns auf, unsere Herzen für die grenzenlosen Möglichkeiten zu öffnen, die sich entfalten, wenn wir uns mit dem kosmischen Geist in Einklang bringen. In ihren stillen Botschaften werden wir an die Verbundenheit allen Lebens erinnert, ein Konzept, das von den Grundsätzen der Quantentheorie aufgegriffen wird, die die tiefe Wahrheit enthüllt, dass unser Bewusstsein der Bildhauer der Realität ist. In diesem Bereich sind Insekten nicht nur Bewohner unserer Welt, sondern auch spirituelle Boten, die die Kluft zwischen dem physischen und dem ätherischen überbrücken. Sie erinnern uns daran, dass das Gewebe der Wirklichkeit aus Energiefäden gewoben ist, die in einem unendlichen Feld von Möglichkeiten schwingen. Die Wissenschaft untermauert diese mystische Einsicht und zeigt, dass die materielle Welt, wie wir sie wahrnehmen, fast vollständig aus leerem Raum besteht, einem Raum voller Potenzial, der darauf wartet, von unseren Gedanken und Absichten geformt zu werden. In dem mystischen Gewebe des Universums spielt jedes Lebewesen eine wichtige Rolle, indem es Botschaften aus dem Äther in unsere irdische Welt trägt. Unter diesen Botschaftern ragen die Insekten als Träger tiefgreifender spiritueller Symbolik und Warnungen heraus, wobei jede Spezies ihre einzigartigen Geheimnisse denjenigen zuflüstert, die darauf eingestimmt sind, zuzuhören. Bienen mit ihrem fleißigen Summen und ihrer unermüdlichen Arbeit erscheinen als Symbole der Manifestation. Sie erinnern uns an die Kraft der Einheit und der kollektiven Anstrengung, um unsere tiefsten Visionen und Absichten zum Leben zu erwecken. Die Anwesenheit von Bienen signalisiert uns, dass die Zeit für die Verwirklichung unserer Träume reif ist, und fordert uns auf, in unserem Streben auf Zusammenarbeit und Hingabe zu setzen. Spinnenweben ein komplexes Netz mit mystischen Bedeutungen und werden oft als Vorboten von Manipulation oder Verstrickungen in energieraubhänden Beziehungen gesehen. Ihre zarten Fäden können auf die Verstrickung durch Energiewampire oder toxische Verbindungen hinweisen und uns dazu auffordern, unsere Umgebung zu untersuchen und uns von den Netzen zu befreien, die uns an niedrigere Schwingungen binden. Ameisen, der Inbegriff von Teamwag und Ausdauer, lehren uns Einigkeit und die Stärke kollektiver Anstrengungen. Die Farbe dieser winzigen Arbeiter enthält eigene Botschaften. Schwarze Ameisen feiern die Anerkennung harter Arbeit und Ausdauer, während rote Ameisen vor drohenden Gefahren bahnen und uns auffordern, wachsam und vorbereitet zu sein. Marienkäfer mit ihren leuchtenden Panzern sind allgemein geschätzte Symbole des Glücks und des göttlichen Schutzes. Die Anzahl der Flecken auf ihrem Rücken kann als Indikator für das Ausmaß an Segen und Wundern gesehen werden, die uns erwarten. Ihre sanfte Präsenz erinnert uns an die Freude, das Glück und die Gnade, die unser Leben umgibt, und ermutigt uns, diese Geschenke mit Dankbarkeit und Offenheit anzunehmen. Die Grillen bringen mit ihren nächtlichen Serenaden gute Nachrichten und Trost. Ihre Gesänge in der Dunkelheit sind Botschaften der Unterstützung aus dem Jenseits, die uns Trost spenden und ein Gefühl der Verbundenheit mit unseren verstorbenen Lieben vermitteln. Die Melodie der Grille ist ein Leuchtfeuer der Hoffnung, das uns versichert, dass wir nie allein sind und dass die Geisterwelt nur ein Flüstern entfernt ist. Eidechsen, die sich über die Welt der Insekten hinauswagen, huschen in unser Leben und überbringen Botschaften der Vorsicht. Diese Kreaturen, die sich geschickt in ihre Umgebung einfügen, erinnern uns daran, dass wir uns vor Betrug und Gerüchten in Acht nehmen sollten. Ihr plötzliches Auftauchen warnt uns vor versteckten Plänen und Doppelzüngigkeit, die in unserer Mitte lauern, und fordert uns auf, hinter die Oberfläche zu schauen und unserer Intuition zu vertrauen, um die Wahrheit zu erkennen. Fliegen, oft unwillkommene Besucher, haben eine tiefere spirituelle Bedeutung, als ihre alltäglichen Belästigungen vermuten lassen. Sie symbolisieren Zeiten der Energieerschöpfung und schwirren in unser Bewusstsein, wenn es Zeit für innere Reinigung und Verjüngung ist. Die Anwesenheit von Fliegen fordert uns auf, innezuhalten, nachzudenken und unsere spirituellen Batterien wieder aufzuladen, und macht uns deutlich, dass wir uns von dem trennen müssen, was uns nicht mehr dient, und uns der Erneuerung zuwenden sollten. Kakerlacken, Geschöpfe der Widerstandsfähigkeit, navigieren durch die Schatten, um uns Lektionen in Sachen überleben und Anpassungsfähigkeit zu erteilen. Trotz ihres unwillkommenen Aussehens und ihrer widerstandsfähigen Natur verkörpern sie die Kraft, auch unter schwierigsten Bedingungen zu überleben. Kakerlacken inspirieren uns dazu, unsere innere Widerstandskraft anzuzapfen, inmitten von Widrigkeiten auszuharren und zu gedeihen, und erinnern uns daran, dass Erneuerung und Wachstum oft auf die schwierigsten Phasen unseres Lebens folgen. Gelbe Schmetterlinge flattern als leuchtende Leuchttürme der göttlichen Bestätigung auf unsere Reise. Ihr sanfter Tanz ist wie ein himmlisches Nicken, das uns ermutigt, unserem Herzen und unserer Intuition zu vertrauen. Der Anblick eines gelben Schmetterlings ist ein Zeichen dafür, dass wir unseren Weg mit Zuversicht gehen sollten, denn er gibt uns die Gewissheit, dass wir mit unserer wahren Bestimmung im Einklang sind und dass das Universum unsere Entscheidungen unterstützt. Motten, die vom Licht angezogen werden, symbolisieren die Anziehungskraft von Transformation und Veränderung. Ihr nächtlicher Flug zur Erleuchtung spiegelt unser eigenes Streben nach Erleuchtung und die bedeutenden Veränderungen wieder, die unser spirituelles Erwachen begleiten. Motten fordern uns auf, uns auf einen Quantensprung im Bewusstsein vorzubereiten, die Metamorphose mutig in Angriff zu nehmen und verwandelt aus unserem Kokon zu schlüpfen, bereit, mit den neu gefundenen Flügeln der Weisheit ins Unbekannte aufzusteigen. Im Reich des Geistes und der Natur dienen diese Kreaturen, von der bodenbewohnenden Eidechse bis zur in der Luft lebenden Motte, als Führer und Wächter auf unserem Weg. Sie erinnern uns an die allgegenwärtige Verbindung zwischen dem physischen und dem spirituellen und laden uns ein, die Welt mit offenen Augen für die Geheimnisse und Botschaften wahrzunehmen, die uns zu einem tieferen Verständnis und spirituellem Wachstum führen. Lassen Sie sich von diesen Boten inspirieren, über das Gewöhnliche hinaus zu blicken, das Außergewöhnliche in jedem Augenblick zu sehen und die Zeichen und Symbole anzunehmen, die das Universum liebevoll auf Ihren Weg legt. Lassen Sie sich auf Ihrem Weg von den Lektionen der Widerstandsfähigkeit, der Erneuerung, der inneren Reinigung, der göttlichen Anerkennung und der Bereitschaft zur Transformation leiten. Vertraue auf die Reise, denn sie ist reich an Sinn und Zweck, verwoben mit den Fäden der universellen Weisheit, die uns alle verbinden. Mögest du in Harmonie mit der natürlichen Welt wandeln, eingestimmt auf das Flüstern ihrer Geschöpfe, offen dafür, den Segen und die Lehren zu empfangen, die sie bringen. Erinnere dich daran, dass das Universum auf unzählige Arten spricht, durch jedes Blatt, das im Wind tanzt, jeden Schatten, den der Mond wirft, und jedes Geschöpf, das deinen Weg kreuzt. Mögest du in diesem Tanz von Licht und Schatten deinen Rhythmus finden, geleitet von dem Wissen, dass du Teil eines größeren Ganzen bist, unendlich verbunden, unterstützt und geliebt. Während wir uns in diesem Moment der Reflexion trennen, trage das Licht des Verstehens und die Wärme der kosmischen Umarmung, die uns alle umgibt, mit dir. Danke, dass ihr mich auf dieser Entdeckungsreise begleitet habt. Mögen die Sterne der Erkenntnis ihren Weg erleuchten und ihr Herz von der Freude des spirituellen Erwachens erhält werden. Bis wir uns wiedersehen, möge die Reise weitergehen, wobei jeder Schritt ein Zeugnis für die Schönheit und das Geheimnis dieses wundersamen Universums ist.